Großartig, ausgezeichnet, wunderbar. Florian Silbereisens schenkt Beatrice Egli einen Diamantring. Beatrice Eglis Freude wird jeden Tag größer, wenn sie immer diejenige ist, die von ihren Geliebten das kostbarste Geschenk bekommt. Sie kommen immer mit aller Aufrichtigkeit zusammen. Jeden Tag erlebt Beatrice Egli Überraschungen, die ihr ihre Geliebte immer schenkt. Florian Silbereisens macht ihr ihr jeden Tag eine Freude. Und diese Freude wächst von Tag zu Tag, sodass beide immer zusammen lächeln. Heute früh hat er Beatrice Egli zu einem Ringladen geführt. Die beiden gingen gemeinsam in den Laden und auf den ersten Blick dachten alle, sie würden gemeinsam Eheringe kaufen. Aber das ist es eigentlich nicht. Es war Beatrice Egli, die dazu gebracht wurde, ein besonderes Geschenk von Florian Silbereisens zu kaufen. Florian Silbereisens war sehr interessiert an Beatrice Egli. Beide haben sich liebevolle Blicke zugesandt. Sie geben sich immer das Beste. Beatrice Egli hat von ihrem Verlobten ein sehr bedeutungsvolles Geschenk bekommen. Nach Angaben des Inhabers des Ringladens kaufte Florian Silbereisens einen Diamantring als Geschenk für Beatrice Egli. Das Geschenk von Florian Silbereisens ist kein besonderer Anlass. Dies ist nur ein gewöhnlicher Tag, an dem ich Beatrice Egli ein Geschenk machen wollte. Dieses Geschenk möchte auch Beatrice Egli immer glücklicher machen. Beatrice Egli wird mehr über unsere Gefühle erfahren, damit sie nicht zu viel über die Liebe nachdenken muss. Beatrice Egli ist das Mädchen, zu dem ich eine besondere Zuneigung habe. Ich finde sie auch sehr speziell. Meine Gefühle für sie sind anders als meine früheren Gefühle. Es ist keine einfache Liebesbeziehung. Ich fand sie anders als die vorherigen. Der Ring wurde an Beatrice Eglis Finger getragen wie eine Liebe, die er ihr schickte. Es war immer neben ihr, als würde er jeden Tag ihre Hand halten. Dies ist eine romantische Liebe, die sich viele Mädchen wünschen, aber nicht könnten. Ich muss sagen, ich kann nichts so romantisches wie er machen. Ich möchte, dass sie glücklicher sind, denn das macht uns noch glücklicher. Sie sehen sich das Video an. Vielen Dank, dass Sie hier weiter verfolgen. Liebst du dieses Paar? Bitte hinterlassen Sie ihnen die besten Wünsche. Wir werden auch unseren Lieben solche Geschenke kaufen müssen. Wir müssen den, den wir lieben, mehr lieben. Vielen Dank an das Paar, das uns zum Lachen gebracht hat. Ja, mal toll. Ja, ja.